Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Kowu nach seiner Verbandung einfach verschwunden wäre. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder MyPride auf Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Apropos MyPride, ich lese in den Kommentaren immer wieder die Frage, wann die nächste Folge MyPride kommen soll. Und ich kann es verstehen, immerhin verschiebt sich die Folge jetzt schon längere Zeit immer und immer wieder. Da ich allerdings ziemlich oft diese Frage bekomme, werde ich sie in Zukunft nicht mehr unter den Kommentaren beantworten, sondern hier in den Videos. Ich werde euch immer auf dem Laufenden halten und informieren, sobald ich weiß, wann die nächste Folge MyPride denn kommen wird. Ich verstehe natürlich, dass ihr immer am neuesten Stand sein wollt und wissen wollt, wann die nächste Folge kommt, aber ihr müsst mich da auch ein bisschen verstehen, es ist ziemlich anstrengend, wenn ich so ziemlich jeden Tag die Frage bekomme, wann denn die nächste Folge kommt. Also Leute, immer fleißig die neuesten Videos schauen und gerne auch einen Daumen nach oben dalassen, wenn sie euch gefallen und auch gerne Videovorschläge dalassen. So, aber genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem heutigen Video. Nachdem Simba und Kowu spazieren waren, sie beide von Siras Rudel angegriffen wurden und Siras dann so dargestellt hatte, als wäre Kowu Teil dieser Verschwörung, hatte Simba Kowu aus dem geweihten Land verbannt. Kowu versuchte zwar aufrechtlich nochmal um Vergebung zu bitten, allerdings half das Ganze nichts und er musste gehen. Chiara, die die Entscheidung ihres Vaters nicht verstehen konnte, machte sich kurz darauf auf die Suche nach Kowu. Schließlich konnten sich die beiden noch wieder finden, es gab ein Liebeslied, sie entschlossen sich wieder zurückzukehren, beendeten diesen sinnlosen Konflikt und siehe da, Happy End. Aber was wäre, wenn das Ganze etwas anders abgelaufen wäre? Wir gehen davon aus, dass Kowu nach der Verbannung mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Er wusste einfach nicht, was er tun sollte, um das Ganze wieder gut zu machen. Möglicherweise gab er auch sich selbst die Schuld daran, dass Simba verletzt wurde. Und möglicherweise kamen hier auch noch zusätzliche Schuldgefühle durch den Tod seines Bruders Nuka dazu. Er hatte in diesem Moment keinen Plan, wie er weitermachen sollte. Aber eines war klar, er konnte nicht mehr zurück. So entschloss sich Kowu, sein altes Leben hinter sich zu lassen, wegzulaufen und sich irgendwo eine neue Existenz aufzubauen. Währenddessen war Kiara auf der Suche nach ihm, konnte ihn aber nicht finden. Schließlich begann auch sie an Kowu zu zweifeln und sie kehrte zurück zum Königsfelsen. Zu Hause angekommen, hätte sie von ihrem Vater vermutlich nochmal einen Vortrag darüber bekommen, dass sie nicht weglaufen hätte sollen und dass sie sich scheinbar in Kowu geirrt hatte. Allerdings wird das Ganze dann auch ziemlich schnell von Sasu unterbrochen, der ankündigt, dass Siris Rudel auf dem Weg zum Königsfelsen war und nun Krieg herrschte. Leute, ihr kennt mich, Happy Ends sind zwar immer cool, aber so Alternative enden, die dann vielleicht doch nicht so gut enden, mag ich eigentlich auch sehr gerne. Deshalb gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten, wie es hier weitergeht. Die erste Möglichkeit wäre, dass Simba, Nala, Kiara und ihr Rudel sich auf den Weg machen zum Schlachtfeld. Und wie im Film würde es auch hier zur Schlacht kommen. Allerdings haben wir im Film ja auch gesehen, dass Simbas Rudel etwas schwächer war als das von Sira. Auch Simba selbst war nicht unbedingt in seiner Höchstleistung. Es würde also zum Duell zwischen Simba und Sira kommen und Sira würde eindeutig siegen. Und der Rest von Simbas Rudel wäre dann keine große Aufgabe mehr. Dementsprechend würde Sira hier ganz klar siegen. Und damit hätte sie ihr Ziel vorerst zumindest erreicht. Sie würde sich mit ihrem Rudel zum Königsfelsen aufmachen und ihr neues Zuhause begutachten. Allerdings gibt es da dann etwas, mit dem sie vermutlich in diesem Moment nicht mehr gerechnet hatte. Die Garde der Löwen. Diese war nämlich gerade auf dem Rückweg vom Baum des Lebens zurück zum geweihten Land. Möglicherweise würden sie auf dem Rückweg dann auf Sasu treffen, der ihnen dann von dem tragischen Kampf erzählt hätte. Kiyun wäre hier natürlich ziemlich geschockt. Es würden sich sowohl Trauer als auch Wut in ihm breit machen. Er und seine Garde der Löwen würden sich nun entschlossen auf den Weg zum Königsfelsen machen, um Sira herauszufordern. Und hier würde es dann zu einer Schlacht kommen. Ich persönlich würde zwar behaupten, dass Sira's Rudel definitiv stärker ist als die Garde der Löwen. Allerdings hat Kiyun ja noch das Gebrüll. Dementsprechend können Sira und die Rudel in dem Fall einfach nicht gewinnen. Also würde es Kiyun und der Garde der Löwen gelingen, Sira und die Rudel zu besiegen. Ein klarer Sieg wäre das allerdings trotzdem nicht für ihn. Immerhin hat er seinen Vater, seine Schwester und seine Mutter verloren. Und möglicherweise gibt er auch sich dann noch selbst die Schuld dafür, weil er ja weggegangen ist. Und wäre er ein paar Tage früher abgereist, hätte er es vielleicht auch noch verhindern können. Alles in allem steht er jetzt auch noch vor einer schwierigen Entscheidung. Was tut er? Setzt er die Tradition seiner Familie fort und bleibt im Königsfelsen oder geht er zu seiner großen Liebe Rani zurück? Das Ganze ist natürlich eine ziemlich schwierige Entscheidung. Man muss nämlich auch bedenken, dass im Königsfelsen ja an sich niemand mehr lebt, außer halt die anderen Tiere. Aber von Simbas Rudel ist niemand mehr da. Er wäre praktisch komplett alleine. Er hätte theoretisch nur die Möglichkeit Rani zum Königsfelsen zu holen und mit ihr dort ein Rudel zu gründen. Allerdings wäre hier das Problem, dass Rani die eigentliche Königin vom Baum des Lebens wäre. Sie könnte hier das Amt nur an ihren jüngeren Bruder Balio weitergeben. Allerdings hat er ja im Prinzip keine Erfahrung mit diesem Amt. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Würde er am Königsfelsen bleiben? Würde er zu Rani gehen? Oder würde er mit Rani am Königsfelsen bleiben und Balio wäre König am Baum des Lebens? Kommen wir zu Theorie 2. Wir starten nochmal mit der Szene, in der Chiara zurückkehrt zum Königsfelsen. Sie konnte Kowo nicht finden. Auch hier würde Sisu berichten, dass sie ihres Rudel auf dem Weg zum Königsfelsen ist und nun Krieg herrschte. Allerdings wäre Chiara, wie im Film auch, strikt gegen diesen Kampf. Sie würde ihren Vater versuchen davon zu überzeugen, eine friedlichere Lösung zu finden. Allerdings würde Simba hier nicht auf sie hören und es würde zu dem Kampf kommen. In dieser Theorie würde sich Chiara aber nicht im Kampf beteiligen. Sie würde sich auf die Suche nach Kion machen. Die Sache hierbei ist allerdings, dass ich jetzt keinen Plan habe, wie weit Kion vom geweihten Land in diesem Moment noch entfernt war. Es könnte jetzt nämlich passieren, dass sie entweder zu spät kommen oder dass sie es gerade noch schaffen. Da wir jetzt aber vorher schon ein nicht so gutes Ende hatten, gehen wir jetzt einfach davon aus, dass sie es rechtzeitig schaffen und noch zu dem Kampf dazukommen, bevor Simba stirbt. Die Garde der Löwen geht hier dazwischen und unterstützt Simbas Rudel, welches sich in diesem Moment nicht gerade sehr gut schlägt. Und dank Kions Gebrüll können sie Sira und die Rudel besiegen. Und so würde das Ganze nochmal glimpflich ausgehen. Kion hätte die Möglichkeit zurück zu Rani zu gehen und Simba Nala und das Rudel wären noch am Leben. Und zusätzlich wäre Chiara hier noch frei. Also Wadi, das ist deine Chance, schnapp sie dir. Und Kobo? Wer weiß. Vielleicht hat er sich irgendwo ein neues Leben aufgebaut. Möglicherweise auch mit Neo. Wer weiß das schon so genau. Das war's soweit mit diesen Theorien. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass es hier zu einem Happy End gekommen wäre? Oder eher zu dem nicht so guten Ende, in dem Simba und sein Rudel sterben? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr eine komplett eigene Theorie habt, schreibt mir auch diese gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und teilt das Video gerne mit euren Freunden, damit wir unsere König der Löwen Community ausweiten können. Bei der will möchte ich hier am Schluss auch nochmal erwähnen, dass ich einen Discord-Server habe. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr gerne joinen und Teil unserer König der Löwen Discord-Community werden. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017